Ob Drohntaxi, Industrieroboter oder intelligente Haushaltsgeräte, MechatronikerInnen bauen aus mechanischen, elektronischen und informationstechnischen Komponenten komplexe Systeme. Dabei werden sie vor allem in der industriellen Produktion eingesetzt. Als Schnittstelle zwischen Mechanik, Software und Elektronik sorgen sie dafür, dass Anlagen und Geräte einwandfrei funktionieren. Du liebst es, mehrere Disziplinen zu verknüpfen und möchtest die Industrie von morgen mitentwickeln? Dann studiere Mechatronik! Ich bin Selin und stelle dir den dualen Studiengang mit seinen Inhalten und Perspektiven kurz und knapp vor. Der duale Studiengang Mechatronik ist besonders praxisnah, damit du optimal auf deinen Traumberuf vorbereitet wirst. Außerdem gibt es bei uns kein Numerus Clausus, viel eher stehen bei uns deine Stärken im Mittelpunkt. Das Studium vermittelt dir wichtige Grundlagen aus den Bereichen Maschinenbau, Elektrotechnik sowie Informatik. Neben Mathematik und Physik stehen auch Programmiersprachen auf deinem Stundenplan. Außerdem erfährst du dank aktueller Inhalte auch eine Menge über die technologischen Entwicklungen der Zukunft. Im sechsten und siebten Semester wählst du dann eine von drei Vertiefungen. Aktor- und Sensortechnik, Konstruktionstechnik und Automatisierung oder Schaltungsdesign und Elektronik. Dein Theoriewissen setzt du übrigens direkt ein, sowohl in Praxisprojekten als auch in einem Unternehmen. Die Hälfte deines Studiums arbeitest du nämlich bei deinem Praxispartner, der auch deine Studiengebühren übernimmt. Nach dem Abschluss sind deine Möglichkeiten sehr vielfältig. Als Mechatronikerin in der Konstruktion montierst und installierst du komplexe Systeme. Außerdem kannst du mit dem Studium im Qualitätsmanagement mechatronische Systeme auf ihre Schwachstellen prüfen. Oder du kümmerst dich als Serviceingenieurin um die Wartung und Reparatur von bestehenden Anlagen. Wenn du ein interessantes Studium mit Perspektiven suchst, bewirb dich jetzt!